R20 Nix, der Träumer Auch als Niss, Neck, Nöck oder Wassermann bezeichnet. In Deutschland waren sie als Nix- oder Nickelmänner bekannt. Keramikunikat, Länge etwa 45 cm. Glasur, Oxydpatina, Feuerpatiniert. Acryl- und Ölfarben. Jahrhunderte bildnerischer Kunst haben unser Sehen geprägt. Und zarte, hübsche junge Männer sind uns bereits aus dem alten Griechenland bekannt. Wie oft erkennt man hier weibliche Attribute am gut bemuskelten Männerkörper? Ein Schönheitsideal, das fast vergessen ging. Doch aktuell, aus gesellschaftlichem Anlass, eine Renaissance erleben sollte. Eine regenbogenfarbene Welt fordert berechtigt Akzeptanz und Verständnis. So spielt auch dieser junge Mann mit fast vergessenen, doch wohl bekannten Schönheitsidealen und wirbt nach erstem leichten Erstaunen in unserer Gegenwart für Toleranz. Ein Nix statt einer Nixe. Warum nicht? Ein Nix statt einer 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 Nix statt einer